So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Last of Us 2, The Last of Us. Wir geben uns jetzt in die Bank. Das ist cool. Auf eine scheiße, wir könnten zerquetscht werden, Art. Entspann dich. Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Das wird nicht heute einstürzen. Glaub ich. Gefällt mir nicht. Ich glaube, da werden sie hier Gegner sein. Ich glaube, da werden sie nicht wieder helfen. Alter. Wieso hast du nicht ausgeräumt? Havarine! Entschuldigung. Wieso lässt du nicht aus, verdammt? Alter, gibt's sowas? Wieso? 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 Oida! 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 Vorsicht! 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 Oh! 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 Da habe ich aber jetzt eine E.T. Oh! Nein! Ja, ja, ja! Oh! Rana! Da toi! Oh! 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 Das! Der brennt, der brennt, Alter, der Wichser. Wie kann das sein? Scheiße, fassaut! Okay, das waren alle. Puh. Tja, das ist die Bank. Was sind das für Westen? Das sind doch keine Soldaten. Ja, weiß nicht. Das war jetzt auch ein harter Brocken. Nein, die Karte wurde ich nicht. Das war's für heute. Ich glaube, diese Schutzwesten-Typen wollten die Bank ausrauben. Oh Mann, das ist wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. Oh ja, ich liebe diesen Film. Na, bitte. Okay. 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 Zah. So. Nice. Ah. Sieh dir das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Mann. Früher in der alten Welt. Puh, wären wir reich. Und fast übersehen. Cool. 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 Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Na gut, dann treten wir den Weg nach draußen wieder an. Atom! Ich glaube, wir sind hier durch. Okay. Okay. Was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt eine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raubschiff? Ach ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Na gut, hier gibt es immer etwas zu erkunden. Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also... War schon okay. Okay. Gehen wir zurück zum Fuckfederator. Was haben wir denn noch alles? Die zwei Sachen, die machen wir auch noch. Genau sicher. Dann sind Sie, die zwei Sachen... Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, dass die Flintein hat, was den Gehrein weiße. Dassel dich nicht ganz gut ist. Das ist schwer. Was ist das denn? Vielleicht wollte er sich verstecken. Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das WD-Fragezeichen machen wir noch. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Schauen wir mal, da hinten kommt es mir noch so wenig vor, was aufgedeckt ist. Das ist mein Panzer, da geht es aber auch anscheinend gar nicht weiter. Genau, da waren wir schon, also ich glaube, dass das alles war. Da kommen wir vielleicht noch weiter. Okay. Okay. Na gut, dann gibt es da wirklich nichts. Okay. 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 Okay.